So machen wir direkt mal weiter mit unserem kleinen Startup, das ist doch nicht so groß und erfolgreich wie das von Ragnar, aber so fangen wir mal an. Ja, das ist FoxBuy, das ist ein Projekt von uns, das wir seit ein, zwei Monaten angefangen haben, neben dem Studium und das würden wir euch gerne heute kurz präsentieren. Und zwar am besten fangen wir damit an, wie wir angefangen haben, beziehungsweise wie FoxBuy entstanden ist. Und zwar waren wir es gewohnt, oft Fragen zu kriegen jetzt von Bekannten über Facebook, welches Laptop gut ist jetzt zum Zocken, beziehungsweise welches Tablet gut zum Filmeschauen ist und so. Und letztendlich haben wir dann Ratschläge gegeben, beziehungsweise Empfehlungen und wir haben uns halt gefragt, weshalb werden wir gefragt. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch so, wahrscheinlich auch mal so die Technik-Nerds in meinen Bekanntenkreisen und so, da kommen die Leute an und ständig Fragen zu allen irgendwie, was soll ich mir kaufen, was ist die Kamera? Genau. Und dann haben wir uns halt gefragt, warum das vielleicht so ist und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, warum schreiben die uns, weil es natürlich bequem und einfach ist von zu Hause aus, schön anzutippen, es ist kinderleicht und es ist auf jeden Fall auch bequemer, als jetzt in den nächsten örtlichen Fachhandel zu gehen und Vertrauen und die Kompetenz spielt ja auch eine wesentliche Rolle, weil wir davon ausgehen, dass diejenigen, die dort versuchen zu beraten, meist weniger wissen als zu uns selbst. Also jeder kennt das vielleicht aus dem Mediamarkt, teilweise ist die Beratung da noch ein bisschen fragwürdig. Also letztes Mal, als ich da irgendwie, ich wollte einen Rahmenriegel kaufen und wurde dann zu den Druckerpatronen geführt. Und ein weiter wesentlicher Grund dafür ist, dass wir versuchen, die Kaufentscheidungen zu vereinfachen. Es gibt diesen Paradox of Choice, dass man, wenn man zu viele Sachen angeboten bekommt, sich vielleicht gar nicht mehr entscheiden kann und da wollen wir ein bisschen nachhelfen. Genau. Und deshalb haben wir ein Tool entwickelt, jetzt für uns erstmal so intern, wo wir unsere Freunde und Bekannte darauf verweisen können, dass sie dort ihre Frage bitte eintippen möchten. Und das haben wir dann entwickelt. Und dabei ist uns jetzt aufgefallen, dass es sowas in der Richtung jetzt schon gibt. Im Bereich Mode, da geht es ja auch Viterium, Modo, Motto, die jetzt letztendlich eine Beratung gewährleisten im Bereich Mode. Und dafür gibt es auch einen Begriff, der heißt Curated Shopping. Und dann kam uns die Idee natürlich, hey, damit kann man vielleicht doch auch ein bisschen Geld machen. Weil das läuft ja vielleicht auch teilweise über Affiliate-Netzwerke. Genau. Ja, und so ist dann im Prinzip dieses Foxby.de entstanden. Also aus dieser Plattform für Freunde, die auch liebe Freunde so draufgeschickt haben, ist dann wirklich so eine richtige Website entstanden, auf der man jetzt eben eintragen kann, was man sich kaufen will, ein Preislimit festlegen kann, sein E-Mail-Adresse angibt und dann das Ganze abschickt. Und wir recherchieren dann im Hintergrund, kriegen dann im Backend die Anfrage rein quasi, recherchieren und schicken dann Produktvorschläge zurück. Das ist eigentlich total einfach gehalten. Kleine Datenbank dahinter, Backend. Das ist alles sehr schlicht und einfach. Wir kommunizieren auch transparent, dass da Affiliate-Links verschickt werden, aber dass wir uns davon jetzt nicht irgendwie beeinflussen lassen in der Entscheidung. Das Ganze ist full responsive, sehr stark SEO-optimiert. Und zur Funktionsweise hatte ich auch schon gesagt, es gibt eben so ein Backend, jemand füllt das Formular aus, wir recherchieren und derjenige erhält dann eben eine Mail mit Produktvorschlägen. Also Tools, die wir so einsetzen, muss dazu sein, dass wir das ganze Projekt auch so ein bisschen neben der Uni nutzen, um so ein paar Sachen auszuprobieren. Also Flo entwickelt in Coder, ich in NetBeans. Wir nutzen Bitbucket als Git-Source-Base, dann haben wir mit Laravel ein bisschen rum experimentiert, wir hosten bei Netcarp, jQuery ist natürlich drin, mit Vagrant haben wir eine Entwicklungsumgebung aufgesetzt, Flo haben wir mit XAMS aufgesetzt, also auch so ein bisschen für uns zum Ausprobieren und so weiter. Also als Vision lässt sich sagen, wir kriegen inzwischen schon so 10, 20 Anfragen am Tag rein, überraschenderweise. Und denkbar wäre natürlich, da jetzt das Expertennetzwerk auszuweiten, die Affiliate-Partnerschaften auszuweiten. Wir legen zurzeit Landingpages für verschiedene Produktkategorien an, Tablets, Handys und so weiter. Man könnte darüber nachdenken, Prozesse zu automatisieren, eigene Produktdatenbanken irgendwie anzulegen, damit man nicht jedes Mal wieder die Recherche von Neuem machen muss. In ferner Zukunft könnte man vielleicht sogar darüber nachdenken, eigene Produkte zu vertreiben, aber das ist natürlich noch sehr weit weg und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Genau. Das war es von uns. Ja, wenn noch irgendwelche frei sind, finden wir jetzt natürlich Fragen, Mailen. Wir haben auch eine Website, wir haben auch noch ein paar andere Projekte, wir dürfen überinformieren. Und wir haben jetzt auch kürzlich eine Startup-Gruppe auf Facebook gegründet. Wer Bock hat, kann sich da gerne mal einklicken. So haben wir bei Schweizer Reckner kennengelernt. Also wir hatten jetzt keine große Startup-Gruppe für Mannheim oder Heidelberg gefunden, deswegen haben wir einfach Cyber-Einde aufgesetzt. Genau. Vielen Dank. Danke. Habt ihr Ideen schon, wie sich das finanzieren soll? Achso, vielleicht ist Affiliate jetzt nicht jedem ein Begriff. Also wenn jetzt jemand jetzt eine Frage stellt, er möchte sich ein neues Tablet kaufen, dann haben wir jetzt verschiedene Partner-Stores, zum Beispiel Amazon oder Thoman oder Salando und suchen dann dort nach dem für den Kunden eben am besten geeigneten Produkt. Wir haben ja so ein bisschen Ahnung, wir sind zum Beispiel von Tablets. Wir schicken dann ihm einen Link und da ist so ein Affiliate-Tag gesetzt. Das heißt, wenn die Person dann bestellt, bekommen wir eine Provision von dem Store. Aber das ist ja eigentlich nicht so viel, also ich kenne es von Amazon auch, als dass sich je nachdem die Recherche, die ihr da aufgebracht habt, rentieren würde. Also je nachdem, wie gut ihr euch aufgeteilt. Deswegen muss es auf jeden Fall noch weiter automatisiert werden und so weiter. Und wir müssen, also man sammelt natürlich Erfahrungswerte, wenn wir zum Beispiel schon, weiß nicht, schon fünf bis zehn Anfragen zu Tablets in den letzten Wochen bekommen oder so, dann ist ja nicht immer wieder derselbe Aufwand. Das wird ja jetzt immer einfacher. Da müssen wir mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Wir erwarten ja jetzt im Moment nicht, dass das das nächste große Million-Ding wird, aber vielleicht wird da ja was draus, weil dadurch, dass sich immer mehr der Handel in den Online-Bereich verlagert, fällt natürlich die Beratung irgendwo weg. Und vielleicht könnt ihr sowas in der Art sich da mal dazu entwickeln. Das Ziel ist zu erkennen, was der Nutzer angegeben hat und daraus aus der Liste der schon probierten Dinge wie das Beste, die bis 200 Euro aktuell. Im Idealfall das automatisch. Genau. Wenn nicht ein Land ist, bei einer Person. Ja, das wäre so die Zukunftsvision. Das dann mit der Beantwortung der Liste ergibt. Genau. Also wir kriegen das leider auch im Bekanntenkreis mit, dass viele Leute halt auch einfach irgendwie Mist kaufen. Dann kommen die wieder an, ja, wir haben ein neues Tablet gekauft hier. Das ist ja okay, für das Geld hätte ich ja was Besseres gekriegt oder so. Genau. Und das Schöne, weil das Sache ist auch, es ist beliebig skalierbar, auch noch vom Produktsortiment. Und das Schöne ist auch, dass es sehr messbar ist. Das, sprich auch von der jetzigen Lead-Generierung, beziehungsweise Conversions, haben wir eigentlich auch eine recht gute Quote. Bloß den Traffic jetzt zu halten, jetzt langfristig klar auf SEO zu gehen, momentan vielleicht noch zu versuchen, über Social Media oder AdWords was zu reißen. Aber gerade bei AdWords ist die Sache, dass man dann mit Konkurrenten hat, wie IBM, Apple und so weiter, die dieselben Keywords gebucht haben, die schon ein bisschen mehr ausgeben können als wir. Und das muss ich dann auch letztendlich damit rechnen. Wie seid ihr auf den Raum gekommen? Also wir haben ziemlich lange rumüberlegt, rumgemacht, haben dann, glaube ich, Brain Buy gehabt irgendwie und dann war das schon als Marke registriert und da haben wir Angst gehabt irgendwie, weil dahinter, wer war dahinter? So ein riesen Anwaltsunternehmen oder irgendwie? Ja, ganz komisch. Wir haben irgendwie so Listen erstellt mit Wörtern, die wir verkaufen und Wörter für schlau und clever und dann der Fuchs, der schlau und damit es einfach kombiniert. Und es hat wenig Silben. Das ist in Deutschland auch nicht als Marke registriert, auch nicht als EU-Marke. Genau, das Einzige, ja. Das ist FB, FB, Fox, Buy, Facebook. Aber daran arbeiten wir. Facebook ist ja vielleicht auch nicht für immer. Vielleicht kann man auch die Nachfolge antreten. Ich glaube, man weiß nicht, also lacht bitte nicht. Ja. Ich glaube. Ich glaube, 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 ich glaube,